Die Creeps haben mich gebildet. Alter, das Spiel bockt mich aber gerade richtig an, weil es so spannend ist. Nice. Macht richtig Spaß gerade. Falken, mich würde mal gerne interessieren, wie groß diese Parts werden, wenn ich mal die Grafik auf komplett hoch schraube. Gehst du wieder nach oben ihm? Ja, okay. Komm nach unten, Jungs. Im Moment spiele ich auf Mittel bis unten. Nee, auch den du, er hat sich Dings geholt. Er hat den Ward zerstört. Ward Notchton hat sich, ähm, die Kurate geholt. Ich bin gleich da. Achtung, die kommen alle an. Hau ab, Zeck ab. Zeck nach rechts ab. Zu mir. In dem Wald, in dem Wald, genau. Ach, diesmal nicht. Du kommst weg, oder? Ja, du kommst weg, ich deck dich, ich deck dich. Alles klar. Alles klar, ich deck dich immer noch. Okay. Du, es rauf, 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 Jungs, rauf, Jungs, die kriegen wir. Mensch. Haben wir, haben wir. Ah, fuck. Locktion kommt von der Seite. Okay, pass auf. Ein Clever, geh weg. Das ist das Sugar, den holen wir alle. Komm, hoff. Als würde wir ihn nicht sehen. Und tschüss. Oh, der hält ja richtig viel aus. Was ist los mit ihm? Ja, der hat schon ein paar Feuers hinter sich. Nice. Nice. Lass uns kurz den Dragon holen, weil wir gerade hier sind. Ja. Äh, nein. Und einer geht, ja, das macht, den Schaffer ist auch alleine. Äh, der ist stark. Ja, egal. Er ist auch stark. So, nun gehst du mit hin. Feet auch schon. Okay. Er kommt da rein. Ach, Hilfe. Ich komme. Der kommt nicht weg. Nee, der macht nicht, der Mensch. Der kommt nicht weg. Richtig schön. So, Jungs. Super. Holst du mal einer hier den Blue-Buff? Ah, hol die Kreese weg. Der ist, du hol die Kreese. Ja. Ja, okay, egal. Ja, okay, hol du den Blue. Ja, er braucht auch. Ich möchte den nächsten Blue auch. Also den nächsten Blue, damit ich meinen Cushion... Obwohl er den Gipfel ist der Blue. Unsere Blue ist schon da oben, richtig. Nice, pass auf. I. Ja, okay. Ah, holst du den Blue oder was? Ja, wenn er noch da ist, wenn er noch da ist. Den hat Israel, ja. Geh nicht hin. Ah, du machst mir keinen Schaden, du Wurst. Ah, gut, der hat mir ein bisschen Schaden gemacht, aber es geht. Ja, aber trotzdem, ich liebe Java, ne? Einfach super, dass ich jetzt rauf, rauf. Ich habe auch Ulti wieder, also... Oh, die- Ich zieh dir viel raus, äh... Ja, wir haben weniger, manufacturer... Mensch, lock mich rein! Die schmeiß retailerslos. Ja, nice. Rau, rau, jungs! 酒-Kongen er ich hab dir den ich bin reingang gerade ich muss jetzt erstmal wieder dran gewöhnen dass ich meine mein ding mehr benutze meine meditation war sonst wäre ich jetzt nicht gestorben um zu retten muss ich begegnen so soll ich mir noch ein wir wollen der ist das bitte unauf soll ich einen zweiten fänden zu retten blutwürste was sagt man da sagt man und der nicht gespielt wird immer so und dürfte aber nach der internet dann war noch mal blutwürste die professionellen gesprochen ja ich war früher mal professionell aber ich weiß mein bild nicht mehr und der funktioniert aber jetzt nicht mehr so gut die kommen safe alle gleich runter also macht da keinen scheiß und riven hält auch richtig viel aus die kriegt ja nicht so leicht down weg 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 ja ich komme nach unten ich lauf dir hingegen und jacks hinterher kommt er nicht okay dann holen wir die jetzt alle warte noch warte noch der ist hier so ein bisschen hin dass sie denken du bist da gehen die brüche kurz kurz mal reingucken jetzt gehe weg und kommen kommen jetzt eine ich glaube oben lang ist scheiße ich bin falsch gelaufen noch zu uns rein ja perfekt aufrufen als erstes und rauf ich habe nennt man sich gebacht als ich mich auch in den letzten drei spielen von meiner besten seite präsentiert habe in zehn sekunden kann ich mit trinitiv aus holen läuft aber nicht so schlecht gerade also wir müssen halt ihnen das ist aber er kommt nicht ran so lange ich da bin leben von denen ob schon lebt auch noch wo ist denn der jetzt habe ich schon ewig nicht gesehen hey wollte mal zurückfallen auf baron bisschen früher oder oder schaffen wir den du bist 16 jetzt ist 17 aber nicht da wirst du schon mal jemand kommen kann sich jemand porten von euch ne schaffen wir ja okay dann ruf ja mein wort in gottes ohr ich habe noch nicht so viel mit trinitiv aus kein problem oder es ist ja er hat uns gesehen das gibt ja nicht mehr lange der wird gleich stil was machte darauf die kamen alle an ich wollte ihn noch holen aber und zick zack rennen der die ulti zwar schon gemacht passt auf da unten in der mitte da kommt das zu ja wenn dann gefaltet ihr sie am tower nicht nicht zwischendrin und natürlich geht im jungle rauf jungs ich bin ich nicht hinterher gehen ich nicht hinterher geht zurück geht zurück ich bin es unten was geht und geht zu team oder mit dem kommt mal einer zu mir wie hunden jacks bitte recht ich komme die kommen runter die kommt mit runter los bevor den tower mit einem wasser hast geh rauf geh rauf aufgerufen dass sie nicht hinkommen die laufenden das ist doch ein ultimo ja jetzt haben wir ihn die okay kommt Sollen wir uns Sugartoe umholen? Nee. Boah. Wie viel Schaden macht ihr euch bitte, die Attacke? Okay. Oh mein Gott. Geh weg, Darius. Er muss sein Manner nicht mal langsam leer sein. Wer ist ein Israel? Nee, guck dir seine Items an. Der hat richtig Manner-Rack. Darius ist jetzt auch wieder da. Diff, mach ich hör mir ganz kurz mal rot. Geh weg. Ah, der Bruce ist immer noch nicht ab, genau. Ja, ein Sugartoe ist fertig. Sugartoe ist fertig. Los, rauf. Die kriegen wir alle. Ja, das ist viel zu viel Schaden, die die raushauen. Lauf. Ich hab ein Schild angemacht. Ja, ihr müsst schon richtig zielen, Jungs. Der Israel, der hat den Beruf. S-Tür und Rufen machen zu viel Schaden, als dass wir die so downhauen können. Weißer. Die müssen wir taktisch isolieren und töten. Kacke. Das ist erstmal rechts. Boah, ich bin sogar der Erste, der Level 18 ist. Ja, du musst mal, also es wäre geil, wer spielt denn von euch i? Wenn du mal irgendwie noch nebenbei pushst, so wie das Dings vorhin gemacht hat, hier. Ja, ich... Ja, okay, Timo läuft schon. Allwieder. Dings ist so stark im direkten Kampf. Äh, Israel ist es einfach so... Also, ich mein, ich hab... Ja, wir wissen vermutlich, wie gehen wir Schaden hin. Ich hab genau eine E-Nummer auch gespielt. Er wird voll Kanone, die Ruhnen auf Fähigkeitstärke haben wahrscheinlich. Und ihr habt auch wenig Magic Resist, oder? Beide? Ja, also alle Fähigkeit. Ich hab nur 53. Ich bin schön, dass es aber Israel nicht mehr mehr auf Fähigkeit stärkt. Wir sehen uns ab, Spill, die der Elf haben auf AD. J-J-Ach. Israel ist AP und Riven ist? Nein, äh, Israel ist eigentlich AD. Ja, aber Israel ist AP. Spiel AP, sag ich doch. Sind nur schwarzen Amut. Ja, und Riven ist AD? Oh ja, da haut ja anscheinend genügend Damage damit rausgeworden. Oh, aber wie sie abhauen. Israel ist AP. Die Kirchenbustand sind die abgehauen. Wir könnten mal... Haben sie den Dragon geholt zwischendurch ja nicht? Da sind sie. Okay. Boah, was? Bin jetzt auch gleich da. Boah, was? Ich hab's nicht mehr so viel Schaden. Vorsicht, ne. Jax macht echt Jax sein für Schaden. Wer? Jax? Ja. Ich hab Jax noch gar nicht gesehen. Jax ist auf der Botlane unten. Ja, da ist ja keiner. Ich dachte, du wolltest da hinlaufen. Sway macht mir nicht so viel Schaden. Ich hab keine Angst. Ich wollte sicher sein vor der Ulti von ihm. Sehr zu Bock reinzulaufen jetzt. Und sie wegzubumsen. Seid ihr bereit? Die kriegen wir. Schade. Hm. Ich hab' die Runde oben einschreien. Mit dem Renn-Item kriegen wir nicht bis zu. Äh, wir gehen mal einer zu Riven oben. Äh, okay. Bin schon unterwegs. Timo, hol dir mal letzten Atemzug, wenn du auch schon das schwarze Beil hast. Das war eigentlich nur so, weil ich nix hatte, damit sie wenigstens etwas zu verlieren. Okay, wieder in die Mitte. Komm. Playbar. Wie viele sind die in der Mitte, vier? Mein A-Show war auf den Quicksil in der Tod. Der Trink, der eben bei Tien-Signal. Guck mal an, wie riesig der ist. Die sind hier lang gelockt. Du. Da ist Jax. Ja, die sind alle im Jungle. Die sind da im Busch. Da nicht reingehen. Ich, ich spammerein. Hm. Okay. Ja, die sind nur zu zweit, oder? Auf Jax, auf Jax, auf Jax, auf Jax. Mach dein Ding weg. Ist noch weg. Alles gut. Schön. Oh, da ist SRA. Boah, wie viel Schaden er Rain macht. Unglaublich. Das ist so. Ich will dir die Lade. Rain, du musst hier unbedingt Magic Readers holen.